Hallihallo und es tut mir echt leid, dass hier jetzt ein Video so spät in der Nacht kommt. Ich nehme das um halb eins auf, aber da gab es sowieso so eine Sache, die hat mich ein bisschen stutzig gemacht und ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, das erstmal für eine Zeit lang einzustellen. Der eine oder andere sollte es gemerkt haben, dass ich die komplette Playlist und die ganzen einzelnen Folgen von Final Fantasy erstmal rausgenommen habe. Vielleicht ändert sich das alles und ich werde sie wieder freischalten, aber da sind Urheberrechtsansprüche drauf, sprich ich habe nicht alle Rechte dafür, könnte auch nicht monetarisieren. Monetarisieren ist mir zur Zeit sowieso nicht wichtig, aber ich habe keine Lust jetzt irgendwie zu riskieren, dass ich einen Strike kassiere. Darum habe ich das erstmal alles rausgenommen. Ich werde schauen, ob sich das irgendwie segeln lässt. Falls nicht, kommt jetzt erstmal wieder fokussiert Minecraft und Happy Wheels. Ich würde es eigentlich toll finden, wenn ich so ein MMO einfach so auf meinen Channel hochladen kann. MMO sage ich da schon, ein RPG auf meinen Channel hochladen kann, weil ich so storybezogene Dinge eigentlich richtig toll finde. Macht mir auch echt viel Spaß zum Spielen. Und ja, ich finde es jetzt schade, dass ich das jetzt machen musste. Jetzt muss ich mich wieder auf die Produktion von Minecraft-Videos fokussieren und ich muss jetzt wieder fleißig vorproduzieren. Ich hatte jetzt eigentlich schon wieder sehr viele Videos vorproduziert von Final Fantasy, aber dachte mir dann so, hm, nee, ich kann das jetzt nicht noch weiterhin so machen. Und ja, ich wollte es einfach nur ganz kurz gesagt haben, das ist das Infovideo dazu. Und wenn ich mich halt wieder umentscheide, dann kommt das wieder raus. Ich werde dann auch weiter produzieren und so weiter. Aber jetzt gibt es erstmal wieder fokussiert Minecraft und Happy Wheels. Ich glaube, für die meisten ist das sowieso jetzt nicht problematisch, weil Minecraft und Happy Wheels so, keine Ahnung, weil das ein bisschen beliebter war. Aber ich wollte es einfach mal gesagt haben, weil ich halt bloß halt auf dieses Let's Play, aber ich habe halt ein bisschen Angst drum und will nicht einen Spray kassieren und Rechte verlieren. So, das wäre es dann gewesen mit dieser kleinen Information. Ja, und das Video soll ich auch nicht mehr füllen. Auf jeden Fall kommt nachher, oder heute um 18.30 Uhr, eine Outra-Pvp-Folge. Ich weiß nicht, ob ich dann zwei normale Videos gängig bringen werde. Ich werde schauen, wie das mir der Zeit passt. Ansonsten jeden Tag wieder um 18.30 Uhr ein Video. Und dann sage ich Tschö-du-lü und reingehauen. Und dann hören wir uns später wieder. Und dann sage ich, Tschö-du-lü und reingehauen. Und dann sage ich, Tschö-du-lü und reingehauen. Vielen Dank.